oder eine Reihe von intensiven, persönlichen Diskussionen mit Varoufakis gehabt. Es ist ja völlig legitim, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Und er hat unterschiedliche Ansichten zu den Meinen. Ich sage ihm dann gelegentlich, Johannes, das ist wie bei den Juristen, das ist auch bei den Ökonomen. Es ist erlaubt, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber es ist manchmal so, dass wir irgendwelche Beschlüsse mal gefasst haben, dass wir uns auf der Grundlage dieser Beschlüsse auch aufgrund vielfältiger, sorgfältiger, intensiver Beratungen über einen langen Weg, nämlich seit 2010, bewegt haben.